So, willkommen zu einem neuen Video. Auf meinem Kanal heute tippen wir den 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Das erste Spiel ist Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Ganz einfach getöbtes Spiel, Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Hier ist ganz klar Gladbach im Vorteil. Ich denke hier, sie gewinnen das 2 zu 0. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Werder Bremen das Spiel gegen Gladbach gewinnen wird. Ich sehe hier Gladbach als deutlich bessere Mannschaft und ich sehe Werder Bremen als Klagenabschieß-Favorit. Absteigen denke ich nicht, dass sie es dieses Jahr werden. Aber es ist noch lange hin bis zum Ende der Saison. Schon krass, dass fast die Hinrunde schon wieder vorbei ist. Ja, Bayer Leverkusen gegen BVB. Vorher hätte ich gesagt, dass Leverkusen das Spiel klar gewinnen wird. Aber dann nach ein paar sieglosen Spielen von Bayer Leverkusen sage ich, dass Dortmund das Spiel 1 zu 2 gewinnen wird. Weil ich sehe, dass Dortmund langsam wiederkommt. Klar, man darf gegen Mainz nicht hinliegen. Und Dortmund ist gerne ein Favorit gegen Mannschaften wie Bremen, Mainz, Augsburg, Köln und so weiter zu verlieren. Aber gegen Mannschaften wie Wolfsburg, Frankfurt und so weiter mal zu gewinnen. Deswegen bräuchte Dortmund hier einen Sieg zu 1 zu 2. Hertha gegen TSG, TSG ganz viele Verletzte, ganz viele Corona-Kranke gehabt. Der Neffe, glaube ich, der Neffe von Hoeneß, Sebastian Hoeneß, hatte vorhin mit Kramaric einer der besten Stürmer. Ich habe vorher gesagt, dass er Torschützenkönig wird. Leider ist er sehr lange ausgefallen. Seine Form ist nicht mehr die vom Anfang der Saison. Die komplette TSG-Mannschaft ist nicht die Form von Anfang der Saison. Hertha hatte eigentlich in der Saison nicht nur gute Formen. Aber wenn ich jetzt beide Formen vergleichen müsste, würde ich sagen, dass Hertha aktuell besser ist als die TSG Hoffenheim. Die TSG Hoffenheim-Mannschaft, die rutscht immer tiefer im Abstiegskampf, obwohl ich die sogar, glaube ich, in die Champions League oder in die Europa League getippt habe. Ja, wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Hertha gewinnt das Spiel 2 zu 1. So, Mainz gegen Wolfsburg. Hier klarer 0-3-Sieg für die Wölfe. Schalke gegen Köln. Schalke gewinnt das Spiel 2 zu 1 nicht. Habe ich vorher aufgeschrieben. Immer wenn ich für Schalke tippe, gewinnt Schalke nicht. Ich sage 1-0 Köln. Am Ende gewinnt es Schalke 0-4 1-0. Und am Ende wird es trotzdem Köln 0 zu 1 gewinnen. Ich sage, bleib einfach bei 0 zu 1. Freiburg gegen Eintracht Frankfurt. Freiburg hat vor dem Bayern-Spiel 5 Spiele hintereinander nicht verloren. Waren damit auf Platz 1 der Welt. Nach Formstärke. Aber dann haben sie das Spiel gegen Bayern verloren. 1 zu 2, ganz knapp. So, aber gegen Bayern München kann man mal verlieren. Und das ist nichts Peinliches. Aber Freiburg spielt gegen eine Mannschaft, die auch aktuell mit Jovic, der auch wieder da ist, gegen eine Mannschaft, die wieder in guter Form ist. Die haben meine Erklärung das Beste. Ach, ich labere dich drumherum. Ich sage, es wird ein spannendes 3 zu 3. Arminia Bielefeld gegen VfL Stuttgart. VfL Stuttgart war am Anfang der Saison sehr, sehr stark. Ja, wieder ein bisschen nachgelassen. Obwohl sie ein starkes Spiel gegen Gladbach gemacht haben, haben sie, glaube ich, am Ende... Unanschieden war es am Ende. So, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Na, ich habe im Video schon 100% schon was Falsches gesagt. Ja, gegen Arminia Bielefeld muss ich nichts argumentieren, Wenn, dass Bielefeld irgendwie Chancen hat, klarer 0 zu 3 Sieg für VfB Stuttgart. Dann das letzte Spiel, ein Bayern-Duell. Augsburg gegen FC Bayern München. Wollen wir nicht lange unterhalten. 0 zu 2 für Bayern München. Dann das letzte Spiel ist RB Leipzig gegen Union Berlin. Einen, ähm, ja, möchtet ihr gern Ost-Klub gegen ein richtiger Ost-Klub? Ähm, am Ende gewinnt es der richtige Ost-Klub. 0 zu 1. So, das war's mit dem Video. Äh, ich hab mal gehört, dass Leute, die keine Ahnung haben von Fußball, gut tippen. Also sind das gute Chancen für mich. Ja, das war's auch mit dem Video. Also, was sind eure Tipps? Schreibt die gerne mal in den Kommentaren. Abonniert gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal und ciao.